Schlüsselerlebnisse Partaltag dieser Woche am 12. und 14. und ich gehe jetzt auf den 12. ein und möchte aber darum bitten gerne meinen mein video anzuschauen die fibonacci lehre und zwar zufall aktivierung ganz wichtig und mir wird ja immer eingegeben und am 12 an diesen partaltag das ist ein Schlüsselerlebnis weil wir haben die 7 14 21 21 ist der steinbock neumond und das ist die spiegelung der zwölfte ist der auftakt dieser portal tag öffnet die sieben siegel von denen ich auch schon den letzten 14 tagen gesprochen habe ganze videos youtube-kanal clarissa m.seite lichtwegimpulse atlantis und jetzt geht es weiter es geht um die aktivierung des herzens ja wir werden wir wurden im sechser jahr aktiviert unser herz zu öffnen unsere herz mitte und jetzt im siebener jahr geht es in die durchbruchsenergien also mit schubkraft voraus direkt in die herz mitte und das ist das schlüsselerlebnis am 12 1 dieser portal tag spiegelt sich mit dem 21 den neumond steinbock und wir hatten am 7 den vollmond krebs am 14 portal tag wieder an dem samstag und am 21 neumond steinbock 7 14 21 das ist kein zufall das ist aktivierung pur die sieben siegel öffnen sich jetzt für die liebe für das miteinander für die zwillingen seelen für die seelenverbindungen seelengemeinschaften zum höchsten wohle aller um jetzt hier auf erden diesen seelen auftrag diese göttliche intelligenz in uns zu erfüllen ja nach außen zu erstrahlen in dieser liebe im miteinander miteinander hier hinten haben wir das portal zusammen in die stabilität der herzens liebe gehen im miteinander herzens projekte erfüllen j für ja zusammen den seelen auftrag erfüllen ja die herz mitte aktivieren nach außen die liebe leben im miteinander liebe und licht aus dem sechser jahr und jetzt sind wir im siebener jahr jetzt startet die goldene agenda 2023 bis 2032 und die sieben siegel öffnen sich jetzt und dazu bitte gerne meine videos genießen ich habe über die raunechte so viele eingebungen auch noch mal dementsprechend über youtube lichtweg impulse atlantis auf meinem kanal clarissa m punkt seite veröffentlicht bitte gerne liken abonnieren kommentieren teilen oder mir folgen auf facebook auf telegram signal whatsapp habe ich eine eigene channeling gruppe einfach ein herz senden an mein mobil 015 23 379 35 30 und ich wünsche euch jetzt diese 12 21 spiegelung also der 33 schlüssel wird uns jetzt im januar im steinbock zum neumond am 21 im steinbock nochmal so was von überreicht und der auftakt sind jetzt auch die portaltage am 12 und am 14 im januar und der januar ist geprägt vom steinbock er macht sich die mühe er setzt sich durch er hat den ehrgeiz den berg zu erklimmen um dann den sonnenaufgang das licht zu erblicken und genau darum geht es jetzt um dieses licht um dieses licht um dieses licht um dieses offenbaren die geheimnisse werden gelüftet die sieben siegel öffnen sich und genau so ist es so und dazu war am unteren deck noch diese karte und das voller leidenschaft für das miteinander für das kollektiv für die liebe und licht neues gebären in der drei der herrscherin neues erblühen lassen erwachen aufsteigen und wir sind jetzt in dieser aktivierung ich wünsche eine wundervolle zeit und bitte zufall aktivierung fibonacci lehre auf meinem youtube kanal und alle anderen videos die ich in den letzten 14 tagen drei wochen gedreht habe genießen und gerne einverleiben namaste und alles alles gute alles liebe und denkt an die 12 21 beziehungsweise am 21.12 hatten wir die wintersonnenwende und das war der auftakt für das neue jahr das siebener jahr dem wagen im tarot nummer sieben jetzt mit schubkraft einmal mars und zurück direkt in die herzmittel